Stopp! Hast du vielleicht irgendeine Art von Webprojekt, eine Webseite, einen Online-Shop oder irgendeine andere Dienstleistung, die du gerne anbieten möchtest, aber du bekommst einfach keine Kunden, sprich dir fehlt der Traffic für dein Angebot, dann habe ich heute genau das Richtige für dich. Denn ich möchte dich einladen zu meinem neuesten Online-Training, was da heißt, mehr Umsatz mit diesen 10 kostenlosen Traffic-Strategien. Und genau darum geht es auch, um kostenlose Traffic-Strategien, die du heute noch umsetzen kannst, um mehr Traffic und damit Kunden auf dein Webprojekt zu bringen. Und was das heißt, wissen wir natürlich alle. Das bedeutet einfach mal mehr Umsatz. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lars Pilowski. Ich bin als der Win-Win-Marketer bekannt. Und ich habe es geschafft, in dreieinhalb Jahren nicht nur 50.000 Kunden zu generieren, sprich Leads einzusammeln und mit denen sozusagen Geld zu verdienen. Ich habe es auch geschafft, über verschiedene Möglichkeiten, also Nischen-Webseiten, digitale Produkte, Coaching-Einheiten, mehr als anderthalb Millionen Euro Umsatz zu machen. Und das halt, wie gesagt, in dreieinhalb Jahren. Und das wäre niemals möglich gewesen, ohne diese Traffic-Strategien, die ich dir heute kostenlos beibringen möchte. Das Einzige, was du dazu tun musst, du musst einfach nur entweder auf den Link klicken, wenn du gerade dich bei YouTube befindest, oder wenn du direkt auf meiner Webseite schon bist, dann findest du links oder rechts irgendwo hier ein Eintrageformular mit einer Terminmöglichkeit zum nächsten Online-Seminar. Und dort suchst du einen Termin raus, trägst deine beste E-Mail-Adresse ein und dann kannst du auch direkt an diesen Termin losgehen. Ich sage gleich dazu, dass ich das nur noch für eine bestimmte Zeit anbieten werde. Außerdem habe ich immer nur einen Platz in meinem Online-Training-Portfolio von 200 Euro. Und die sind meistens recht schnell ausgefüllt. Sprich, wenn du jetzt schon siehst, dass die Termine weniger werden oder nur noch zwei, drei Positionen übrig sind, dann solltest du dich beeilen. Denn dann kann es sein, dass in wenigen Tagen dieses Webinar, dieses Online-Training nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn du aber sagst, jo, das hört sich super geil an, ich brauche mehr Traffic, ich brauche mehr BAM für meine Kundenakquise, dann würde ich sagen, trag dich sofort ein und dann sehen wir uns im nächsten Webinar. Außerdem habe ich dann noch eine Überraschung vorbereitet für alle, die sich jetzt noch schnell eintragen. Und zwar habe ich insgesamt 65 Traffic-Strategien zusammengetragen, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren auch genutzt habe. Und die habe ich alle in ein kleines Büchlein geschrieben, was ich dir dann kostenlos anbieten möchte. Aber diese Möglichkeit wird nur denen vorbehalten sein, die sich auch für das Online-Training eintragen. Wenn du also sagst, jo, hört sich super geil an, das will ich auf jeden Fall alles mitnehmen, dann klick entweder auf den Link oder wenn du schon das Terminfeld für das Online-Training siehst, trag dich direkt ein und dann sehen wir uns direkt zum Online-Training, was da heißt, mehr Umsatz mit diesen 10 kostenlosen Traffic-Strategien. Viel Spaß mit deinem und bis dahin, dein Win-Win-Markter Lars Kielowski. Bis später. Bis später.